In diesem Video erstellen wir ein Datenbankmodul und ich zeige euch, wie man eigene Konstruktoren schreibt. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, da haben wir sowas wie eine Datenbank erstellt, also alles natürlich sehr vereinfacht, aber es ging in die Richtung. In diesem Video will ich das nun fortführen. Ich will, dass man solche Datenbankobjekte erstellen kann. Also wenn man zum Beispiel Arrays erstellt, dann erstellt man die ja, indem man newArray schreibt, also neuesArray. Wenn man die Schreibweise mit den eckigen Klammern nimmt, ist das nur eine Abkürzung dafür. Das habe ich euch ja in dem Video über einfache Objekte gesagt und da ist das genau dasselbe. Wenn ich hier ein neues Objekt erstelle, ein einfaches Objekt, dann schreibe ich auch new object und dann sieht das so aus und das ist dasselbe, als wenn ich diese Abkürzung nehmen würde mit den geschweiften Klammern. Das heißt, überall haben wir da diese Vorlagen Array und object oder auch hierbei, wenn man ein neues Datum haben will, ist das halt genauso. Da schreibe ich auch new date und mit diesem new-Operator oder mit diesem new-Schlüsselwort erstelle ich quasi ein Objekt aus dieser Vorlage heraus. Und genau sowas will ich jetzt auch für diese Datenbank, die ich jetzt in diesem Video schreiben will. Ich möchte, dass man sagen kann new database, also database ist englisch für Datenbank, und dann soll das im Gegensatz zu jetzt tatsächlich funktionieren. Wie funktioniert das? Wie erstelle ich so eine Vorlage, die ich mit new instanziieren kann? Das Lustige ist, ihr wisst es im Grunde schon, bzw. ihr wisst, wie das geht, ihr wusstet nur noch nicht bisher, dass das damit möglich ist. Ich zeige es euch. Ich schreibe eine Funktion, und die nenne ich in dem Fall jetzt database, weil ich database als Vorlage haben möchte, und wenn ich das dann jetzt ausführe, new database, dann funktioniert es. Dann bekomme ich so ein Objekt, also so, wie das hier oben aussieht, so habe ich das nun jetzt hier drin. Konstruktoren sind also Funktionen, deswegen spricht man in JavaScript auch von Konstruktorfunktionen. Die Datenbank, die ich jetzt schaffen will, soll die Möglichkeit bieten, dass man Datenbankeinträge erstellen kann natürlich, wenn man die erstellt hat, soll man sie auch auslesen können, man soll sie auch ändern können und auch schließlich löschen können. Das soll also der Funktionsumfang sein von meiner Datenbank, und das sind nämlich auch die grundlegenden Operationen, die man braucht, um eine Datenbank wirklich nutzen zu können. Und weil die so grundlegend sind, gibt es dafür auch ein Wort bzw. eine Abkürzung. Im Englischen heißt das nämlich create, also erstellen, kreieren, create, read, auslesen, update, ändern, aktualisieren und delete, löschen. Und die Abkürzung von create, read, update und delete ist crud. Und das ist das Wort, die Abkürzung, die diese grundlegenden Datenbankoperationen beschreibt. Da wir alles auf Englisch machen, wenn man in der Programmierung in der Regel englische Variablen, Namen und Funktionsnamen und so weiter verbindet, benennen wir diese Funktionen nicht erstellen, ändern, auslesen und löschen, sondern insert where, das ist diese Funktion, die ich auch im letzten Video schon geschrieben habe, update und delete. Beginnen wir jetzt also mal, diese Funktion unserer Datenbank anzuhängen. Ich erstelle mal eine Datenbankinstanz und weise sie dieser Variable db hinzu, gucken wir uns die Variable mal an und da ist jetzt dieses Datenbankobjekt. Und ich hatte euch ja gezeigt, wie man Objektproperties erstellen kann. Man kann sie mit so einem Punkt hinzufügen oder auch auslesen, aber ich möchte ja jetzt Funktionen hinzufügen. Das heißt, ich schreibe jetzt mal eine insert-Methode, ich mache die jetzt erstmal noch leer und gucke mir das jetzt nochmal an und tatsächlich, jetzt ist da in diesem Objekt diese insert-Funktion. Rufe ich die mal auf und tatsächlich, ich kann sie aufrufen, aber es passiert noch nichts. Die Funktion ist ja leer. Im letzten Video haben wir diese quasi-Datenbank geschaffen, indem wir ein Array genommen haben und diesem Array haben wir Objekte hinzugefügt. Ich will, dass auch diese Datenbank hier auf einem Array basiert. Das heißt, irgendwie muss ich hier ein Array anhängen und das mache ich einfach, indem ich hier mal db.array schreibe und das auf ein Array setze. Und dann kann ich nämlich auch die insert-Funktion schreiben, weil die insert-Funktion muss ja irgendwie etwas dann in etwas einfügen und eben hatten wir noch nichts, wo wir das einfügen können. Aber jetzt hat die Datenbank ja ein Array und dann kann man dieser insert-Funktion ein Objekt übergeben. Also, object ist das, also ich kürze das ab mit obi, ist das Objekt mit dem Datenbank-Eintrag. Ich mache das hier als Kommentar, damit man das weiß. Und dann greifen wir einfach auf db.array hinzu und pushen das Objekt in dieses Array. Probieren wir das mal aus. db.insert und dann erstelle ich hier ein einfaches Objekt, das ich dann hinzufüge und schreibe das einfach mal, schreibe einfach mal hallo Welt rein und jetzt gucken wir uns das Array mal an. Und tatsächlich, da ist jetzt ein Objekt drin mit der Property hallo, die den Wert Welt hat. Es gibt allerdings ein Problem. Wenn ich mir jetzt hier eine Variable db2 mache, also eine zweite Datenbank und hier eine neue Instanz der Database erstelle, dann ist diese Instanz leer. Da ist jetzt noch nicht diese insert-Funktion, die wir hier haben, denn wir haben diese insert-Funktion dieser Instanz angehängt. Ich will ja aber, dass wenn man so eine neue Datenbank kreiert, dass das dann schon von vornherein dabei ist, also diese grundlegenden Methoden, grundlegenden Funktionen. Wie, wie kriege ich das denn hin? Wenn ich das vielleicht der Konstruktor-Funktion anhänge, funktioniert das vielleicht? Also ich setze das hier mal einfach auf eine leere Funktion und instanziere das dann nochmal und gucke mir das an. Funktioniert nicht, das Datenbank-Objekt ist immer noch leer. Aber wie funktioniert das? Also wenn ich zum Beispiel hier irgendwie ein neues Datum erstelle, dann habe ich ja hier auch diese ganzen Methoden mit bei. Wie kriege ich das denn hin? Der Schlüssel dazu ist das Wort this. This heißt im Deutschen so viel wie dies oder das hier und damit kann man die jeweilige Instanz ansprechen. Also wenn ich Instanzen aus meiner Vorlage erstelle, dann ist jedes einzelne Objekt, das dadurch erstellt wird, innerhalb des Objektes mit this ansprechbar. Also ich zeige das euch nochmal. Wir nehmen nochmal unsere Funktion, unsere Konstruktor-Funktion und schreiben die ein bisschen um, denn jetzt machen wir die nicht leer, sondern jetzt schreibe ich nämlich hier rein this und damit spreche ich quasi innerhalb des konstruierten Objekts der Instanz die jeweilige Instanz an und füge dann dieser Instanz ein Array hinzu, das ich jetzt mal database nenne. Und wenn ich jetzt unsere database instanziiere, dann ist da bereits direkt nach dem Instanziieren diese database-Property drin mit diesem Array, also die auf einem Array gesetzt ist. Das heißt, dadurch kann ich Funktionen und Werte so hinzufügen, dass die direkt nach dem Instanziieren bei der Instanz mit bei sind. Machen wir das dann auch mal für unsere insert-Funktion. Wir setzen die auch auf eine Funktion. Dieser Funktion kann man ein object übergeben und dieses object wird an die database hinten dran gepusht. Setzen wir jetzt mal die variable db auf eine neue Instanz von database und dann benutzen wir mal diese insert-Funktion jetzt und man sieht, die ist jetzt bereits da. Und jetzt beginne ich mal wieder hier mit diesem, was wir im letzten Video hatten und auch schon in den Videos davor mit dem Chaos von das schweigende Lämmer. Und jetzt füge ich mal ein Objekt mit den Daten von Jodie Foster hier hinzu. 1962.10.19. Und wenn wir uns jetzt dieses Datenbankobjekt mal ansehen, da sehen wir, dass jetzt in unserer database bereits ein Element im Array drin ist. Bis hier vor waren es noch null Elemente. Das heißt, diese insert-Funktion hat funktioniert und hat das Objekt, das wir hier übergeben haben, unserem Datenbank-Array hinzugefügt. Jetzt will ich aber natürlich auch, dass wir das auslesen können. Das heißt, jetzt ändere ich nochmal unseren Konstruktor und füge auch — hier können wir übrigens auch einen Semikolon hinschreiben — und füge jetzt unsere where-Methode hinzu, mit der man dann Sachen auslesen können. Wir hatten die im letzten Video schon geschrieben und das funktionierte so, dass man ein Property und einen Wert übergeben hat und diese Funktion hat dann die Datenbank-Einträge zurückgegeben, die die jeweilige Property auf den übergebenen Wert gesetzt hatten. Also man konnte dann where gender female übergeben und dann hat diese where-Funktion alle Einträge zurückgegeben, wo das Gender Property auf female stand. Um sowas hinzukriegen, müssen wir durch alle Einträge in der Datenbank durchgehen und das machen wir mal wieder mit einer For-Schleife. Diese Funktion gibt ein Array zurück. Das heißt, ich erstelle mir mal hier das Array, das zurückgegeben wird — resultArray, abgekürzt resR, nenne ich das mal — und ich erstelle mir eine Variable zum Iterieren, die ich i nenne. Und i zählt hoch, solange es kleiner ist als thisDatabaseLength, also als die Länge der Datenbank der jeweiligen Instanz, solange wird i hochgezählt. Und in der For-Schleife gucken wir dann, ob das jeweilige Element an der Stelle i in unserer Datenbank die übergebende Property auf den übergebenen Wert gesetzt hat. Und falls dem so ist, dann wird dieses Element unserem resultArray hinten angefügt. Am Schluss wird dann unser resultArray zurückgegeben. Wir müssen jetzt wieder die Database neu instanziieren, denn wir haben den Konstruktor ja umgeschrieben und das heißt, wir können jetzt nicht mehr auf das alte Objekt zurückgreifen, sondern müssen das neu machen. Und jetzt muss ich natürlich auch dann Jodie Foster wieder neu einfügen. Und jetzt probiere ich diese where-Funktion mal aus und sage, where gender is female und da kommt dann tatsächlich ein Objekt zurück. Probieren wir das mal spaßensalber aus mit male und da kommt kein Objekt zurück, weil wir halt noch keinen Eintrag haben, wo gender auf male steht. Aber darin sehen wir auch, dass die Funktion hier tatsächlich funktioniert. Aber ich möchte, dass man auch, wenn man möchte, die Datenbank komplett auslesen kann. Das heißt, dass man alle Inhalte bekommt, die da drinstehen und das bedeutet, ich möchte diese where-Funktion ein bisschen umschreiben und zwar will ich, dass wenn man gar nichts übergibt, das heißt, dass das Property nicht übergeben ist, dann soll der komplette Inhalt der Datenbank zurückgegeben werden. Wie stelle ich fest, ob Property nicht übergeben wurde? Wenn es nicht übergeben wurde, ist es undefiniert, undefined. Das heißt, ich kann entweder so gucken, ob es auf undefined steht oder ich kann es auch einfach so machen, dass ich ein Ausrufezeichen davor setze, denn undefined ist ein falsi-Wert und mit diesem Ausrufezeichen negiere ich diesen falsi-Wert, sodass er true wird und das heißt, falls Property nicht übergeben wurde, dann ist Ausrufezeichen Property true. Schreiben wir das hier nochmal in die Kommentare. Es wurde kein Property übergeben. Dann gib in diesem Fall den Inhalt der gesamten Datenbank zurück. Und das machen wir an dieser Stelle, return this database. Wenn wir wollten, könnten wir auch nur eine Kopie zurückgeben, indem wir hier slice hinschreiben, aber das lasse ich jetzt einfach mal der Einfachheit wegen. Instanziieren wir nun die Database wieder erneut und fügen ein Element hinzu. Und jetzt kann ich diese Well-Funktion, müsste ich die auch ohne was aufrufen können und den Inhalt der kompletten Datenbank zurückbekommen. Und das ist tatsächlich der Fall. Also wir haben halt bisher nur ein Objekt drin, deswegen bekommen wir auch nur ein Objekt zurück. Aber wir sehen zumindest, dass es funktioniert. Jetzt möchte ich, dass man auch bestehende Einträge ändern können soll. Auch dafür muss ich dann wieder den Konstruktor ändern. Und zwar füge ich jetzt die Update-Methode hinzu. Eine Funktion. Und dieser Funktion muss man natürlich übergeben, welches Property zu welchem Wert geändert werden soll oder welches Property hinzugefügt werden soll. Das heißt, ich sage mal, das soll Update-Prop heißen und Update-Value, also Update-Wert. Aber irgendwie muss man ja herausfinden, welcher Eintrag eigentlich überhaupt geändert werden soll. Und das mache ich mal dann auch so, dass man, also wie bei der Where-Methode, dass man ein Property und einen Wert übergibt und anhand dessen wird dann der entsprechende Eintrag herausgesucht und der wird dann geändert. Und das nenne ich jetzt mal Where-Prop und Where-Val, weil das ist halt zum Durchsuchen, also genau wie hier diese Where-Methode. Wir gehen im Grunde auch so vor wie in dieser Where-Methode, das heißt, wir kopieren uns einfach mal die Vorschleife hier rein. Wir haben kein Result-Array, das wir zurückgeben, das heißt, das können wir rausnehmen, aber was bleibt ist, dass wir durch die Datenbank durchgehen und gucken, an welcher Stelle ein Eintrag mit dem Property Where-Property auf den Wert Where-Val stehen hat. Und wenn irgendein Property das hat, dann haben wir das Objekt gefunden, das geändert werden soll und dann können wir dieses Objekt ändern, indem wir das Objekt nehmen und die Update-Property auf den neuen Wert setzen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert. Ich zeige euch mal, was ich meine, wie ich das mir gedacht habe. Also, wir machen wieder eine neue Datenbank. Wir müssen das jedes Mal machen, weil wir jedes Mal hier diesen Konstruktor ändern. Ich füge wieder dieses Jodie Foster Objekt hinzu und jetzt möchte ich einen Eintrag aktualisieren. Und zwar den Eintrag, wo der Name auf Jodie Foster steht. Und was ich aktualisieren möchte, ist, dass ich die Property OscarWinner hinzufügen möchte und die auf True setzen will. Führen wir das mal aus. Und jetzt suchen wir den Eintrag mal raus, wo der Name auf Jodie Foster steht. Also, hm, wir haben ja nur einen Eintrag drin. Und jetzt bekommen wir ein Objekt zurück. Und wenn wir uns das angucken, haben wir nun die neue Property OscarWinner da drin und die steht auf True. Was ich jetzt noch machen möchte, ist eine Delete-Funktion hinzufügen, damit wir auch Einträge löschen können. Auch dafür gehe ich wieder in unseren Konstruktor. Und jetzt füge ich hier die Delete-Methode hinzu. Auch wieder eine Funktion. Und die funktioniert genauso wie diese anderen Funktionen. Wir übergeben, welcher Eintrag gelöscht werden soll, indem wir die Property und den Wert übergeben von einem Eintrag, der gelöscht werden soll. Und dann soll das herausgesucht werden. Das heißt, auch hier kopiere ich wieder die For-Schleife. Und dann benennen wir das aber um. Nicht whereProperty und whereWell, sondern prop und well. Und an dieser Stelle haben wir dann das Objekt gefunden. Und um ein Objekt zu löschen, müssen wir das aus dem Array entfernen. Vielleicht erinnert ihr euch noch, mit welcher Methode man das macht. Ansonsten zeige ich euch das jetzt. Man muss dafür die Methode splice verwenden. Dieser Methode übergeben wir den Index, an dem wir was ändern wollen. Und dann sagen wir, wie viele Elemente gelöscht werden sollen. Und das ist in diesem Fall ein Element. Diese Methode splice gibt die Elemente, oder halt in diesem Fall, weil es nur eins ist, das Element zurück, das gelöscht wurde. Und das können wir weiterleiten, indem auch wir diesen Rückgabewert zurückgeben. Und das probiere ich jetzt einfach auch mal aus. Ich erstelle schon wieder eine neue Datenbank, weil wir den Konstruktor geändert haben. Ich füge wieder Jodie Foster ein. Gucken wir uns die Datenbank mal an, indem wir mal where ohne irgendein Argument aufrufen. Und da haben wir halt dieses Objekt. Und jetzt benutze ich die delete-Methode und sage, wir wollen das Objekt löschen, wo der Name auf Jodie Foster steht. Und jetzt bekommen wir das gelöschte Objekt zurück. Und wenn wir uns jetzt die Datenbank nochmal ansehen mit der where-Methode, ist die jetzt leer. Jetzt möchte ich nur noch genau dasselbe machen wie bei der where-Methode. Wenn man gar nichts übergibt, soll die komplette Datenbank gelöscht werden. Das bedeutet, ich gehe nochmal in den Konstruktor und gehe jetzt hier in diese delete-Funktion und mache dasselbe. Falls kein Property da ist, dann schreibe ich auch hier als Kommentar mal hin, lösche alles. Auch wir wollen dann natürlich das zurückgeben, was gelöscht wurde. Und das wäre dann halt die aktuelle Datenbank. Das heißt, wir speichern uns mal diese Datenbank in einer Variable currentDatabase, also aktuelle Datenbank. Und die setzen wir auf das Array, das database. Und dann setzen wir die Datenbank auf ein neues, leeres Array und geben die zwischengespeicherte Datenbank zurück. Probieren wir das mal aus, indem wir das nochmal neu erstellen, dann einen neuen Eintrag einfügen. Und jetzt löschen wir die komplette Datenbank und bekommen die bisherige Datenbank zurück. So sieht die aus. Und wenn wir uns die Datenbank ansehen, wie sie jetzt ist, sehen wir, dass sie leer ist. Jetzt haben wir also unser erstes eigenes Datenbankmodul geschaffen und überhaupt unsere erste Konstruktor-Funktion, die wir selbst instanziieren konnten. Das ist natürlich jetzt nicht so spannend gewesen, weil ich immer nur einen Eintrag verwendet habe, aber ihr könnt das ja auch mal mit mehreren Einträgen ausprobieren und damit rumspielen, vielleicht weitere Funktionen hinzufügen zu der Datenbank und die euch so gestalten, wie ihr sie haben wollt. Im nächsten Video verbessern wir das hier, indem wir diese Datenbank mit Prototypen schreiben. JavaScript ist nämlich eine Prototype-basierte Sprache. Und was das bedeutet, was das heißt und wie man mit diesen Prototypen arbeitet und was das überhaupt ist, das zeige ich euch im nächsten Video. Um das zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video hier in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran! und dann